Ist das ihr Ernst? Wie kann die das machen? Wie geht das? Das kann doch nicht sein! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir werden heute zusammen einen Tag machen, den es schon seit ein paar Monaten im Netz überall zu finden gibt. Aber ich finde ihn eigentlich ganz schön. Das ist nämlich der Never Will I Ever Tag. Ich sage euch schon mal gleich, wenn ich ein Buch hochhalte, das ihr noch nicht gelesen habt, dann wartet einfach, bis ich das nächste Buch hochhalte, weil ich vielleicht auch ein, zwei Spoiler raushauen werde. Und falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt, dann möchte ich einfach nicht zu viel verraten und möchte euch nicht die ganze Spannung rausnehmen. Also dann einfach warten, bis ich das nächste Buch hochhalte. Ich habe hier vor mir meine acht Fragen liegen und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit der ersten. Und zwar wäre das die Frage, niemals würde ich es schippen. Da habe ich mir den Harry Potter Bank 7 mal rausgekramt. Und zwar gibt es da ein Pärchen, das ich definitiv niemals so geschippt hätte. Und das wäre, auch wenn ich jetzt vielleicht gesteinigt werde, Ron und Hermine. Aber für mich waren Harry, Ron und Hermine einfach immer dieses freundschaftliche Dreiergespann und ich konnte es dann irgendwie nicht verstehen, warum man das auseinanderreißt und aus zwei Pärchen macht. Ich habe ja auch irgendwie immer gedacht, als ich dann noch nicht die letzten Bände gelesen habe, dass vielleicht irgendwann so kommen wird, dass Hermine dann mit Draco zusammen ist, weil sie das pure Gute ist und er ist ja so ein kleiner Arsch. Aber ich machte Draco trotzdem immer. Ich habe halt einfach gedacht, dass vielleicht am Ende es dann so passiert, dass Hermine in Draco das Gute zum Vorschein bringt und dass er merkt, dass es ja eigentlich doch ganz cool ist, nicht immer so ein Arsch zu sein. Aber es kam dann natürlich anders und Hermine kam mit Ron zusammen. Wäre jetzt nicht mein Favorite Couple, aber ja, sie sind ja auch eigentlich ganz süß zusammen. Kommen wir zu Frage Nummer 2 und das wäre, niemals werde ich dieses Ende vergessen. Und dann bin ich durch mein Bücherregal geflitzt und habe geschaut, wo es steht. Mir ist nämlich direkt ein Buch in Erinnerung gekommen, das ich so vor fünf Jahren gelesen habe. Und das wäre dieses hier, Forbidden. Damals war ich echt geschockt, als ich das gelesen habe. Es geht einfach darum, es sind mehrere Geschwister, die Mutter kümmert sich nicht besonders gut um sie und die beiden älteren Geschwister sind ein Junge und ein Mädchen und die spielen sozusagen Ersatzeltern für die kleineren Geschwister. Und wie es dann am Ende so kommt, die beiden verlieben sich ineinander. Es ist ja wirklich, als wären sie Mutter und Vater. Und ich habe mich mit dem Thema Ingenie so beschäftigt, aber es hat mich echt mitgerissen, dieses Buch. Und am Ende kommt es, wie es kommen muss. Natürlich, es kommt raus, die Gesellschaft, die Stadt erfährt davon und heißt es natürlich nicht gut. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, wie es ausgeht. Viele von euch werden es wahrscheinlich auch schon gelesen haben und wissen, welches Ende ich meine. Auf jeden Fall für diesen Punkt definitiv verbinden. Frage Nummer 3. Niemals werde ich über diesen Tod hinwegkommen. Da muss ich leider Gottes, auch wenn es vielleicht für euch langweilig ist, wieder Harry Potter Band 7 rausnehmen. Und diesmal ist es auch wirklich der Band 7, den ich meine. Es sterben ja natürlich ganz viele bei Harry Potter, leider Gottes. Aber eine Person ist mir wirklich ganz besonders in Erinnerung geblieben. Und das ist Fred Weasley. Was habe ich rotz und wasser geheult, als Fred gestorben ist? Wie ihr wisst, bin ich selbst ein Zwilling. Und ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn meine Zwillingsschwester sterben würde. Es ist ja schon schlimm, wenn deine normale Schwester stirbt. Aber bei Zwillingen, da ist immer so eine noch tiefere Connection. Manchmal weiß man genau, was der andere da denkt oder der andere sagt was. Und man spricht auf einmal den Satz fertig, obwohl man eigentlich offiziell gar nicht weiß, um was es geht oder was sie erzählen möchte. Auf jeden Fall habe ich da beim Buch gesessen und habe gedacht, ist das ihr ernst? Wie kann die das machen? Wie geht das? Das kann doch nicht sein. Ich war komplett fertig, als ich das damals gelesen habe. Ich weiß noch, ich habe das Buch zur Seite gelegt und habe gesagt, den Scheiß lese ich jetzt nicht mehr. Ich kann doch nicht den Fred umbringen. Das geht doch nicht. Ich bin wie ein Idiot durch die Wohnung getigert. Habe dann natürlich trotzdem am selben Abend noch weiter gelesen, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht. Also definitiv von allen Toten in Harry Potter war Fred mein absolutes Trauma. Kommen wir zu Frage Nummer 4. Niemals werde ich aufhören, über dieses Buch zu weinen. Und da habe ich mir ein ganzes halbes Jahr rausgesucht. Ich habe das damals gekauft, als es erschienen ist. Es war anscheinend in der Kiste von Büchern, die verschollen sind bei meinem Umzug dabei. Habe mir dann, als der Film rauskam, das Buch zum Film nochmal dazu gekauft. Weil ich wollte es eigentlich lesen, bevor der Film rauskam. Ich war dann auch mit meiner Freundin im Kino und es war totenstille in diesem Saal. Und du hörst nur zwei Idioten, die aus vollem Herzen schluchzen und heulen. Das waren dann wir. Ich wusste ja, was auf mich zukommt. Es war einfach so schlimm. Ich konnte nicht verstehen, warum Will jetzt, wo er die große Liebe gefunden hat, sich so entscheidet, wie er sich entschieden hat. Das geht doch nicht. Mir hat sie so leid getan. Also egal, wann ich den Film nochmal sehen werde, egal wann ich das Buch nochmal lesen werde, ich werde definitiv wieder weinen. Kommen wir zu Frage Nummer 5. Niemals werde ich dieses Buch lesen. Und das war ganz klar. Da habe ich gar nicht groß überlegen müssen. Es gibt nämlich ein Buch auf dieser weiten, weiten Welt, das ich definitiv niemals lesen werde. Und das wäre Ace von Stephen King. Wer mich kennt, weiß, dass ich absolut panische Angst vor Clowns habe. Als jetzt diese Neuerscheinung kam mit diesem neuen Pennywise-Clown. Ich weiß nicht, wie oft ich einfach den Fernseher ausschalten musste. Weil ich einfach diesen Clown nicht ertragen habe. Ich hasse Clowns. Mich gibt es nichts Unheimlicheres als Clowns. Wenn ich schon irgendwo ein Zirkusplakat sehe, dann muss ich in die andere Richtung gucken. Es geht einfach gar nicht. Auch wenn es nur geschrieben ist. Aber ich weiß, es geht um einen Clown und ich werde dieses Buch niemals lesen können. Frage Nummer 6. Niemals werde ich aufhören, dieses Buch zu feiern. Und es ist zwar jetzt kein einzelnes Buch, sondern es ist ein ganzer Band, den ich mir rausgesucht habe. Und zwar wären das die Tribute von Panem. Als damals diese Schuberbox erschienen ist, musste ich sie direkt haben. Und habe meine zwei anderen Bände, die ich bereits hatte, direkt nochmal verkauft. Ich liebe aber auch einfach diese Aufmauung. Es ist einfach so schön gemacht und es sieht in meinem Schrank einfach so dekorativ aus. Ich kaufe ja Bücher manchmal auch, weil sie schön aussehen. Und außerdem habe ich durch das Buch ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Und zwar bin ich vor 4 Jahren... Ja, ich glaube, es war vor 4 Jahren. Bin ich mit 2 Freundinnen hier aus dem Saarland hoch nach Köln gefahren. Da war das erste Tribute von Panem-Fantreffen von Fans für Fans. Und es war richtig witzig. Es waren so viele coole Menschen. Man konnte sich auch einfach austauschen über den Film, über die Bücher. Es waren einfach mal ein paar Gleichgesinnte und man hat sich irgendwie so richtig aufgehoben gefühlt. Und einer dieser tollen Menschen war die Lea von Lideriarium. Und seither sehen wir uns eigentlich immer einmal im Jahr, wenn Ringcon ansteht. Beziehungsweise jetzt heißt sie ja Magikon. Und ich freue mich schon richtig auf April, wenn wir wieder unterwegs sind. Frage Nummer 7. Normalerweise habe ich gar kein Problem damit, meinen Freundinnen meine Bücher auszuleihen. Bei denen weiß ich auch einfach, sie behandeln die Bücher genauso gut, wie ich sie behandle. Da kommen keine Eselsohren rein, da kommen keine Kaffeeflecken drauf. Da wird nicht der Schutzumschlag malträtiert. Also wirklich, bei denen weiß ich ganz genau, wenn ich die Bücher ihnen top gebe, kriege ich es auch wieder top zurück. Allerdings gibt es so ein paar Bücher, die ich trotz allem niemals verleihen würde. Und das wäre zum Beispiel dieses hier, Silber von Kerstin Gier. Wie ihr wisst, bin ich ein großer Kerstin-Gier-Fan. Das Buch hatte ich mir damals von einer Freundin ausgeliehen, als es rauskam. Und sie es natürlich schon gelesen hatte. Sagt, das musst du unbedingt lesen. Und da es halt eine ganze Reihe war, habe ich gesagt, naja, dann gib mir doch mal bitte dein Band 1. Dann kann ich schon mal reinlesen. Und wenn es mir gefällt, kann ich mir die anderen dann ja einfach dazukaufen. Ich war natürlich sofort begeistert. Und dann hat sie mich irgendwann angerufen und gesagt, du pass mal auf, die Kerstin Gier kommt in den Drachenwinkel. Das ist so eine ganz, ganz süße Buchhandlung hier bei uns im Saarland. Soll ich uns Karten holen? Habe ich gesagt, ja, kauf auf jeden Fall. Ja, der und der und der kommt auch noch mit. Gut, alles klar, wir mit den ganzen Mädels dort hingefahren. Und es war richtig schön. Es war einfach ein superschöner Abend. Da haben wir am Schluss, haben wir noch mit ihr gequatscht, noch Fotos gemacht. Und der Grund, warum ich das Buch nicht verleihe, sie hat es mir einfach signiert. Ich habe mir nämlich Band 1 dort in der Buchhandlung gekauft, weil ich als zwanghafter Mensch zwar Band 2 und 3 hatte, aber sie kann ja nicht Band 2 signieren. Für mich muss man immer Band 1 signieren. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, das könnt ihr mir gerne mal sagen, aber ich, zwanghafter Mensch, möchte immer Band 1 signiert haben. Und last but not least, Frage Nummer 8. Niemals werde ich aufhören, diese Leute zu taggen. Da mich eine liebe Freundin auf den Tag aufmerksam gemacht hat, werde ich sie direkt mal mit taggen. Und zwar Lisa, du bist hier mit getaggt. Ich hoffe, du siehst das auch. Und dann tagge ich noch den Ben und die Steffi. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Video. Schreibt mir doch gerne mal, ob ihr die Bücher kennt. Bei Harry Potter gehe ich mal einfach davon aus, ob ihr die Bücher vielleicht auch schon gelesen habt, was ihr davon haltet, ob ihr meine Antworten verstehen könnt oder ob ihr denkt, die Alte hat noch einen am Schwimmer. Ich sage auf jeden Fall Tschüss, wünsche euch noch ein wunderschönes Restwochenende. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.